So, meine lieben Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Im letzten Part haben wir einen wunderschönen Boss erledigt, den hoher Priester Sylva. Und in diesem Part schauen wir einfach mal weiter, wie es weitergeht. Ob der Lachs lebt oder lebt hier. Ich habe das Video angeschaut, ey. Im dritten Durchgang geflucht. So, was ich sehe? Oder zwei Spätele? Ja, ging doch. So, ich gehe immer davon aus, dass man die zwei Tore nicht öffnen kann. Von daher gehe ich jetzt mal da rein. Dann machen wir mal ein Lugeli. Guckeli, wo ist denn da? Was ist denn da? Was haben wir denn da? Ah, Luft. Die Luft ist so rein. So, Hallöchen. Na, 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 na. Wo wollt ihr denn hüten, meine Hübschen? So, und du? Auch hier. Yeah. Ah, was haben wir denn da hinten versteckt, da guck mir doch mal rein. Hallöchen, Loot. Ich bin Valinsky. Ich will nicht looten. Große Tüternitscherbe. Ja, ich brauche dann schon das Next Generation sozusagen. Ich wollte schon, ob da vielleicht noch irgendwie was versteckelt ist. Jo, da könnten wir runter, aber nö. Ich bin ja mal gespannt, was mich jetzt erwartet. Da haben wir noch einen Loot. Der tut noch nicht so gut, weil wir da in der Nähtchen haben. Jo, das ist ja ein schöner Platz. Ah, die leben. In dem Fall atmen sie. Beziehungsweise, dass sie schlafen. Das ist natürlich auch sehr schön für mich. Hallöchen. Oh. Heiß. Ui, ai, ai. Au. Ich denke mal, das ist ein Shortcut. Ich denke hier mal. I think. Oh, Funkelei. Ich hab dich doch gehört, mein Freund. Ein Simpler-Edelstein. Ein Simpler-Edelstein. Tam, Tam. Gut. War da noch irgendwas kam? Ne? So, das ist schon mal ein Shortcut, was ich da gemacht hab. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie auf die andere Seite kommen. Ob da sich noch irgendwas befindet. Ist mir ein bisschen zu ruhig hier gerade. Hm. Gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Vielleicht wird's nix mehr so ganz ruhig. Gute Neuigkeiten. 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 Es darf nicht unterbrochen werden. Mehr gibt es anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob man das Shortcut nennen kann. Das ist auf jeden Fall ein Weg, denke ich. Dann gehen wir mal zu den Hohenpriester hier. Ansonsten... Da war halt die Kiste. Darüber, darüber, da waren wir auch schon. Gut! Dann kümmern wir uns um diese Herrschaften, die mich schon so herzlich begrüßt haben. Noch nicht jung, noch nicht jung. Oh! Au! 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 Menschlicher Abschaum! Wie wahre manche Worte sein können. Au! 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 Keine Sorge, ich habe mein Leben noch im Überblick. Keine Sorge, ich habe mein Leben noch im Überblick. Au! Ich komme jetzt sneaky vorbei bei dir das Gedenk. Und habe dir ein Schwert mitgebracht. Alles klärtchen. Ja! Gneet ich nicht ab! Hübsch! Sehr hübsch! Jetzt hätte ich nicht schon genug Probleme. Jetzt werde ich ja noch mit einem großen XXL-Pfeil wieder abgeworfen. Moin Jungs! Was geht bei euch ab? Ich bin nur ein unbeteiligter Zuschauer. So! Guck mal mit dem Falle her! Was ist gar nicht mit dir! Lass mich mal Ruhe! Au! Boah! 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 So! Du hast angefangen! Also beschwer dich nicht! Nee! Dann kommt er mit dein... ...Helmerchen! Für die Ass! Für die Ass! Rein in die Olga! Für dich jung! Wo ist das denn? Wie! Kein Loot! Find ich nicht okay! Das finde ich nicht okay! Das finde ich nicht okay! Ah! Die Riesen! Das sind bei Items! Ja! Bevor ich da hochgehe! Schauen wir uns noch ein wenig unten um! Ja! Ich werde sie wahrscheinlich angreifen! Wahrscheinlich schon! So! Irgendwas versteckt! Eine Glut! So! Mein Freund! Drache erwache! Drache erwache! Oh ja! der stampfe der macht schaden das war ein einziges zielen aufstehen für die wunderbare heilige maria das ist einiges wer von euch lebt noch alle du siehst aus als würdest du leben dann gehen wir weiter jungs schau dir mal vor die würden alle gleichzeitig leben das wäre sehr schön gewesen durch 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 k Ein flitzendes Plattenring, mach mal ein Luggerli, erhöht die Dunkelschadenverminderung. Also wenn der Dunkelschaden kommt, dann rade ich den Lauf. Haben wir hier oben noch was? Da loggen wir, da loggen wir, da gucken wir noch in den Center. Dann gehen wir mal weiter nach oben. So, haben wir hier Geheimnisse vor uns? Wir haben hier Geheimnisse. Ich hoffe, es ist ein gutes Geheimnis. Kann das bitte kein gutes Geheimnis sein? Ich habe nicht so viele Tränke, dass ich... Ja gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Oh shit. Wahrscheinlich kann ich mich da auch sehr gut bewegen. Das machen wir dann später einmal, wenn ich ein bisschen mehr Tränke habe. Jo, das könnte jetzt ein wenig dauern. Aber ich glude schön. Denn Gluder ist immer ein guter. So ein Geheimverständnis, Minibosse, ist ja nice. So. Da haben wir doch was. Uh, eine Titarii-Schuppe. Eine von zwei. Und ist da... Oh Gott. Diese Scheiße existiert ja auch noch. Das ist einfach nur fies. Du bist da einmal getroffen, fliegst du runter. Dann musst du da noch gegen solche Vollidioten kämpfen. Ich seh dich. Wie machen wir das jetzt am besten? Äh... Ah, ich glaube nicht. Eine Asche. Ich hoffe, da ist jetzt nicht noch einer. Das war glaube ich der untere. Das war glaube ich der untere. Ja. Shit. Aber war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ähm, Entschuldigung. Ja. Ja, ist denn das nicht auf die Mütze zu treffen. Oh Gott. So, so viel zeigen glaube ich jetzt leider nichts, ne? Ja, die Kleinen, die brauchen jetzt auch mittlerweile nichts, ne? Ja. Was hast du denn gut gemacht? Aber es sei, dass da nichts ist. Oder einfach nur ein Hinterhalt. Jo, ich denke mal einfach nur ein Hinterhalt. Weil ich wahrscheinlich hier runter gehen möchte. Oh Gott. Das sind... Das sind mir viel zu viele Räder. Ja. So, den anderen hat es nicht interessiert. Das ist schön. Dann kümmere ich mich mal um dich. Ja, wir kämpfen lieber hier oben. Ist mir ein bisschen recht. Au. Okay. Understandable. Have a nice day. So, diese Lamse müssten wir doch mal alle aussertiert haben. Da ist doch einer. Ich glaube, hier war auch noch ein Item, was ich von der anderen Seite gesehen habe. Eine Scherbe. Lassen wir doch alle mal rufen. So, ich habe keine Dränke mehr. Jetzt wird es Zeit für einen Shotcut. Oder einen Bonfire. Oder beides. Das ist doch schon mal ein Shotcut. Okay. Aber ich will mich tatsächlich noch nicht zum Bonfire setzen. Weil sonst wahrscheinlich die ganzen Ritter wieder spawnen. Und darauf habe ich jetzt eher weniger Bock. Okay. Jetzt habe ich schon ziemlich hier abgegrast. Ja, wir machen hier weiter. Okay. Ja, wir machen hier weiter. Was ist das für ein besonderer Raum? Ich glaube mal nicht, dass ich so eine Geste habe, oder? Hier. Runen. Huhn. Nö, ich glaub nicht. Ja, würde mich interessieren, wofür der Raum da ist. Musst du irgendwas triggern? Irgendwas muss ich doch da machen können. Ja, das war Anolondo vom ersten Teil. Das konnte ich mal drehen. Aber wahrscheinlich in dem Spiel nicht im Dreier. Jo. Geh ich wieder nach oben, denke ich. Äh, wie sie da alle liegen. So, wie geht's denn hier jetzt weiter? Da bin ich ja runtergesprungen. Da hab ich ja diese Asche gefunden. Das ist gerade ungünstig hier zu kämpfen. Arschloch. Was hat er mich getroffen hat? Ich komm hier aber ja nicht weiter, ne? Hübsch. Na, 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 na. Aber zeigt mir der hin. Da jetzt hin. Da oben. Es ist nichts. Hast du mich grad ignorierst du mich? Von mir aus? Spoiler, ich ignorier dich nicht. Dein Loot! Okay. Der Körper kann fliegen, aber der Loot bleibt. Hehehe. Jo. Ist hier eine Sackgasse? Kann doch gar nicht sein, oder? Das kann doch nicht sein. Irgendwie muss es doch weitergehen. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass irgendwo oben doch noch was sein muss. Musst du ins Gebäude irgendwie kommen, oder? Irgendwo muss doch eine Tür, oder... ein Fenster, oder irgendwas sein. Hm. Keine Ahnung, ehrlich zu sein. Da war der Shortcut. Ja, da ist nur dieser komische Raum. Ich habe keine Ahnung, was es soll. Aha. Ich habe doch gewusst, dass hier irgendwas ist. Das ist so eine scheinbare Wand. Ist ja die... Hm. Weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich rüste es mal aus, und dann schauen wir einfach mal. Weil irgendwie gefällt mir der Gang nicht. Und ich habe halt keine Heilung mehr. Okay. Das ist viel zu großer Platz. Okay. Ja. Interessant. Äh, dann gehe ich mal wieder. Hm. Es muss auch irgendeine Bedeutung haben. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass vielleicht das schließt, oder so, aber das hat einfach gar nichts gemacht. Jetzt bin ich umso verwirrter. Hier kann ich ja auch nichts machen. Jo, Anolondo, Geld ist nicht so, äh, unter anderem auf dem Konto, habe ich so das Gefühl. Ich bin ein bisschen fraglos, um ehrlich zu sein. Wo ist denn eigentlich? Ja gut, dann gehen wir zurück, denke ich. Keine Ahnung. Das kann aber auch nicht sein, dass hier eine Sackgasse ist. Irgendwie verstehe ich es nicht, hm. Musste da oben irgendwas sein, oder? Naja. Na, von hier komme ich hoch. Gabe ich da noch irgendwie was? Da haben wir noch ein bisschen Loot. Und hier bin ich hergekommen. Ja gut, dann gehen wir zum Feuer schreiben. Und im nächsten Part schauen wir uns dann mal das Vieh an. Das Spoiler, ich habe keine Ahnung, wo das nochmal war. Aber jetzt tun wir erstmal noch ein paar Level-ups machen. Wir machen die Bidualität noch so 24, dann geht es ja wieder Richtung Damage, denke ich. Ah, bündelt. Ich habe noch nie eine Ahnung, was da neu sein soll, alles. Okay, ich kann große Titel nicht schreiben, das zu kaufen, was mir jetzt alles so viel bringt. Ah, ich habe nur eine Geste. wir brauchen lady noch mal kurz zum schmied da kann ich noch irgendwas machen ich hatte da mal ein was habe ich dann aufgesammelt ich komme dann schon denke ich irgendwo mal wieder aber nicht in diesen parten das kann ich versprechen also dann wir sehen uns das nächste mal wieder